Habt ihr auch wieder keinen Bock mehr? Ja, stimmt. Deswegen haben wir die Aufgabe zu spielen. Weil du getreut war, weil du gesheetet hast. Ich hab euch immer den Loot geklauert, ich weiß schon. Ich hab immer die Fahrräder gefunden, über die ich immer aufgeregt hab. Ja, du hast die Fahrräder, ich hab die ganzen krass hohen Stufen bekommen. So, von allem anderen Stuff. Kann man nicht mittlerweile auch mal untereinander tauschen, die Items, oder nicht? Ich glaub, Fahrräder, ich glaub die ganzen Items konnten schon immer tauschen. Nein. Doch, ich hab euch teilweise Items gegeben davon. Alles gut, schau. Sehr gut, du machst es sehr gut. Ja, ja, du machst es sehr gut. Was ist es denn? Piggy, der hat sie so erschrocken. Miss Piggy. Fahrräder kann man nicht trainen. Hässlich. Jetzt hätt ich grad gerne meine Flashbang ready. Also, dich will doch kein Mensch haben, no joke. Auf der Seite geht's nicht, sorry. Ja, Taddeus. Aber sie hat ja keine Falle draufgeschmissen, das ist interessant. Wie, wie du dich erschrocken hast, ich kann nicht mehr. Ja, hä, die stehen doch einmal neben mir. Sie jagt mich jetzt. Ja. Können sie Zellos retten? Nein, das werden das wichtiger. Obwohl sie jagt mich glaub ich nicht. Okay, dann mach ich mal einen Flug. Ja, da ist grad Rabe bei ihm hoch. Nee, 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 der kommt bis hier, der campt. Der ist in diesem Gebäudekomplex da. Ja, ich hab's Liener, hab doch Bored Times dabei. Nee, hab ich nicht ohne was zum Kasten. Ja, die ist hier drüben. Sie kommt jetzt zurück. Und du machst einen Dash Attack, Omega Null. Du brauchst unbedingt PS, ey. Was brauch ich? Dick Strike. Du brauchst Dick Strike, damit du richtig den Killer mit deinem Cock klappen kannst. Hast du grad Dick Strike gesagt? Richtig für den Killer mit deinem Cock klappen. Es heißt Decisive Strike, aber es ist scheiße. Wenn man's nicht kann. Wenn man's nicht kann, hab ich gesagt. Mittlerweile ist es sogar sehr gut gebalanced worden, muss man sagen. Ich bin mit irgendjemandem gennen. Hi. Öfters hier? Wie kann man kein Lied machen? Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht gesammelt werden. 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 Ich hab einen meiner Freunde, der hat 15.873 Screenshots. Oh, was ist das für ne Puppe? Wie ist ne Puppe? Ja, das ist so ein... Wenn du dir eine Falle auf den Kopf setzt, dann musst du die abmachen mit diesen Testen. Da gibt es so viele Testen auf deinem Map. Sie ist noch hinter mir. Wieso bist du? Dann kann ich die mal heilen vielleicht. Ich werd' gar von Sreena Gold. Okay. Oh, stimmt ja, die haben die Map verändert. Unlucky. Sehr unlucky, würd' ich sagen. Musst du mal kurz eine schöne Palette aufgeben. Hm. Ach, er ist wieder weg. Nee. Doch, sie ist dann hier jetzt. Ach so, sie hat sie abgelassen. Okay, ich fand keinen Sinn. Warte. Wie krieg ich gleich die Flash mit welchen in dein Schrank geh, oder? Ja, genau. Du darfst keine Eltern mit der Hand haben. Ja, das Map geht ja sowieso aufgebaut. Passt ja. Die hab' ich nochmal gedoppt. Er. Perfekt. Hi. Ich hab' nicht gecheckt, dass sie immer geblieben ist. Ja, sie... Ich wollte sagen, sie... Ich wollte sagen, sie... ...die... ...sliegt sich immer hin, um so den Hit zu kriegen. Ja, ich hab' nicht gecheckt, dass sie immer geblieben ist. War das grad'n Geräusch vom Hextoten? Wie kriegen die noch los? Ja, ich denk' auch, das wirst du nicht schaffen. Ja, ist ja cool, ähnlich. Äh, was ist denn... Was ist denn... Ich hab' nicht einen Skill-Check bekommen. Oh, sie kommt zu euch. Oh. Oh. Ja, ich... Nein, nein, ich wollte... Heil mich bitte, ich hab' ein Lucky Break dabei. Meinst du nicht Lucky Break? Wollte ich dir helfen? Ich hab' gesagt Lucky Break. Äh, nö, nö. Ich hab' grad Unbreakable verstanden. Ja. Haha, zufälligerweise. Ich weiß ja nicht, ob du das gerade gesagt hast. Warum macht die eigentlich nicht diese Door da links auf? Ich glaub, dass das... ...weil sie nicht versteht, dass das ein... ...Basic-Lean-Infinite ist. Warte kurz, ich muss mal noch einen Flashlight... ...äh, Flashlight von Flashbang. Ich hab' ne Flashbang, guys. I'm ready. Ich komm wieder zu. Und mit rechts, ich glaub' ich sie. Das ist jetzt so... Oh, das ist so Unlucky. Hey, du hast... Ist doch gut, du hast ne... ...Palette. Nevermind. Moin, Meister. Oh, Piggy, jetzt... ...Lotzkomm wegen dir. Oh, oh. Sorry. Oh, schade, das hat nicht geklappt. Das war jetzt nicht meine Intention. Ja, das ist doch... War von mir ein bisschen geplant, dass wir jetzt tanken. Ja, so. Da mach' ich mal den glännen da hinten, wo du die Palette umgeschmissen hast, Alter. Was ist ne Hühne? Ne, Hühne. Ne, Hühne. H-U-N-E. Ja, Hühne. H-U-N-E. Ein Hühne ist ein übermäßig großes, starkes... Groß und starkes Wesen. Eine Riese. Im übertragenen Sinne wird der Begriff auch oft für einen großgewachsenen und athletischen Mann verwendet. Ach so, ich. H-U-N-E. Oh my God. H-U-N-E. Nicht wirklich. Na, groß bin ich. Das war's auch wieder, ja. Hühne lässt sich auf das mittelhochdeutsche... Hühne lässt sich auf das mittelhochdeutsche Hühne und das Niederdeutsche... Kann ich so mal sprechen. Gibt's auch sowas wie... Gibt's auch sowas wie ein Hühnesohn oder... Oh my God, dass du da rüber lachst, ist halt echt traurig, man. Ach du Scheiße. Ach, das ist das Rollen für die Flashback ready ist, EIE. Ich will jetzt nicht Glenn rushen oder so, aber... Mein Glenn ist gleich fertig. Ich bin auch gleich fertig, wenn man... Wow, sie macht mir ne Maske drauf. Oh mein Gott. Wollen wir einfach die Glenn nicht fertig machen für die Maske? Ja, ich könnt... Auf Wart, mich ist egal. Ich könnt auch fertig machen. Oh fuck, jetzt direkt den Haken. Ja... Ja, da ist 99 hier hinten. Ich kann ihnen reden von mir aus, aber... Was tut sie da? Ja, mach ich mein Pferd. Na, oh mein Gott, Nils. Was? Egal. Ja, Em, die wird schon sterben, ist okay. Nils, wo bist du drüben? Nils, äh, die Palle aktiviert sich, wenn ich die aufkriege, aktiviert sie sich... Nils, bleib stehen! Let me touch you. Nein. 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 Okay. Ja, okay, ich... War ein bisschen... Oh, nein. Naja, gut, dass wir beide hinlaufen ist okay. Ja, ich... Ich lenk sie ab, ich lenk sie ab, ich lenk sie ab. Ich glaub, ich steh' ihn erst durch den Rohr an. Das war jetzt nicht unbedingt mehr ablenken. Ja, hol sie doch. Warte kurz. Ach, die setzten... ja, never mind, sie setzt mir so ne scheiß Maske auf. Ja, das kann man mitnehmen. Oh mein Gott! Was?! Österreich hat Taggartoschen getan. Ich bin doch nicht beeindruckt. Was?! Ich bin alle verletzt. Last second, holy shit. Ja. Puh! Kammer mich irgendwie hoch. Nils, siehst du? Ich hab sie mit ner Flashback outplayed einfach, damn! Nils, siehst du, dass ich so nen Timer auf meinem Kopf hab und jetzt muss ich niemals loswerden, sonst sterb ich, wenn der abgelaufen ist. Sie kommt zurück. Sie kommt zurück, by the way. Sie kommt zurück. Ja, ich renne zu diesem Teil. Nee, wie fragt ihr? Ah, okay, war klar. Dann halt eben nicht. Okay. Ach, als ob die mich halt mis Fenster... Ähm, woher... Ist der im Gen schon 99 klar? Leider hat sie sich umgedreht, das hätte keiner geklappt. Naja... Also... Wir haben den Gen 99, ja. Ah, okay. Cool. Ich könnte eigentlich... Oh, lol. Ich will den einfach dort zentat neben dulen. Oh Gott, die Romme geht jetzt schief. Sie lässt mich fallen. Sie lässt mich fallen. Ja, sie will mir die Fall auf den Kopf setzen deswegen. Schon klar. Oh Gott. Ich richte mal du weiter weg vom Haken vielleicht. Das wäre für dich besser. Ich? Ja. Ich würde mich sonst noch kurz voll heilen. Oder? Nein, klar. Amin, du kommst auf jeden Fall runter vom Rücken, soweit der Haken... Ne, der da ist. Der särkt mich jetzt? Ja, der särkt mich. Oh mein Gott, ist das... Eigentlich ist das voll dumm von hier. Ich bin auch fertig. Kommt uns auch fertig hören, oder? Okay, eigentlich könnt... Ja, ich würde mal hoffen, dass Nils vielleicht auch direkt fertig kriegt seine Maske. Ja, sollte ich eigentlich... Kriegen, oder? Ja, das war die Falsche bei dir, Unlucky. Hä? Ja, es gibt vier verschiedene und eins davon ist so richtig. Pass auf, Nils kommt zu euch wieder zu euch. Oh mein Gott, es gibt vier verschiedene. Willst du mich eigentlich... Aber ist doch nicht schlimm, bei dir läuft es doch nicht ab. Du hast doch Zeit. Erst wenn die Jinn angeht, vielleicht... Geh du mal Emily retten in der Zeit. Ja. Du wirst ja schon in die Richtung. Du kannst... Wir können uns erst mal in Ruhe heilen, Nils. Weil, wie gesagt, du hast noch Zeit. Ja. Oh, du hast sogar die Schocken jetzt dabei. Ach, sie wird mich gesehen haben. Äh... Seid ihr da, wo ich denke? Ich glaube, ja. Deswegen gehe ich mal woanders hin. Oh. 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 Oh, sie kommt hierher, ne? Naja, die ist bei mir. Die ist noch hinter mir. Oh, boah, jetzt. Naja, sie ist immer noch bei mir. Ja, jetzt versuch einfach mal in der Falle loszuwerden. Und der Jinn dahinter ist fast fertig. Den kannst du dann auch anmachen. Ja, danke. Danke. Also... Huch. Ja, ich meine nur wegen meiner Falle auf dem Kopf wegen dem Fertigmachen. Huch. Ja, du hast doch schon welche durchsiegt. Ich habe eine ganze durchsiegt, Mann. Warum will ich eigentlich unbedingt nicht, Mann? Ja, ich habe es. Oh, okay. Okay, mal schauen. Vielleicht habe ich auch Luck direkt. Nein. Wahrscheinlich hat sie nicht. Neee. Ach komm, ich wollte die Runde eigentlich überleben. Moin, Meister. Ich gehe mal kurz mal. Ich wollte die Runde eigentlich überleben. Ja, werde ich jetzt halt nicht. Noch kannst du einmal hängen. Ah ja, stimmt. Nevermind. Nein. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall genügend Zeit jetzt in der Maske loszuwerden. Ja, ich habe nur noch zwei Dinge. Mal schauen, ob das jetzt... Gamble gewinne. Ich habe gewonnen, okay. Null. Macht irgendwer schon... Nein. Sie geht Richtung einen Ausgang. Ich weiß nicht, wo der andere wäre. User, join your channel. Was? Lauf mal. Nein, da nicht da hin! Was macht sie denn da? Ja. Sie sollen mich jagen, weil ich hing noch gar nicht. Wie geht auf dich? Ja, na klar. Versuch zum Ausgang zu kommen, wo wir gerade waren. Hallo. Wo wir gerade waren. Sie will mich halt einfach gar nicht hitten so. Ich bin genau... Ja, egal. Rennt einfach raus. Ist egal. Leider hast du recht so krass. Hier ist halt sogar die Luke gewesen. Zum Loll. Nein, hier ist... Ja, rennen einfach ist okay. Emily, du hast auch eine Flashlight. Mach das schon. Ja komm, ich renne jetzt schon hin. Aber ich bin mega weit weg gewesen. Oh mein Gott. Alles gut, ich kann aufstehen. Wenn sie dich nicht aufhebt, so. Ja, sie hebt mich auf. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich hab nur noch mit zu tanken. Aber ich weiß nicht, was es was bringt. Ich glaube nicht. Oh Mann. Nein, die geht da lang. Fuck. Nein, sorry. Ach, ich hasse. Ich spiele einfach. Es ist so ein Müll. Ich mach grad nur ne Ausgang, deine Zeit mal auf. So, der eine ist da im 9. Der andere ist auch gleich offen. Der Killer kommt da hinten. Ich mach mal auf. Oh, der ist hier. Ich brauch das nicht. Aber wobei doch. Ich nehm's mit. Naja, den Hit geb ich aber auch nicht. Ich hab gesagt, ihr habt ja nicht vorbei. Ich hab ja gesagt, ihr habt ja nicht vorbei. Aber ihr habt ja hier hinten tatsächlich nicht. Aber ihr müsst ja durch. Ach man, schade. Ach man. Ach man. Meine Scheiße. Warum hab ich jetzt nochmal 30.000...